Ja hallo, ich bin Peter und ich habe das MedBett 9010 getestet. Ich habe also festgestellt, dass meine Polypen fast, also ich habe Polypen und meine Nase war fast augenblicklich freier. Ich konnte besser atmen. Dann habe ich in letzter Zeit Probleme wieder mal mit meinem Tennisarm und da war am nächsten Morgen auch nichts mehr. Kein Schmerz. Dann habe ich mit dem ISG morgens immer Probleme und das war auch sehr viel viel geringer. Ja, soviel erstmal dazu und bis die nächsten Testungen. Ciao.